Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es erneut eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News und mittlerweile ist der 5. Januar, das heißt es ist bereits der fünfte Tag im Transferfenster. Bei uns ist schon einiges passiert und heute habe ich auch wieder neue News dabei, über die es sich auf jeden Fall zu sprechen lohnt und ich würde sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit und sprechen wir sofort über die erste Thema des Tages und sprechen wir über Marvin Plattenhardt. Wir wissen, der Vertrag von Marvin Plattenhardt würde am Ende dieser Saison auslaufen und es wurde bisher sehr viel darüber diskutiert, ob man den Vertrag verlängern sollte oder eben nicht. Jetzt ist es ganz klar und offiziell. Der Vertrag von Marvin Plattenhardt, er wird nicht verlängert und dazu hat sich Friedi Bobic auch noch mal geäußert und zwar Zitat, der Vertrag läuft im Sommer aus, das ist beschlossen und mit dem Spieler und seinen Beratern eindeutig besprochen. Ganz ehrlich, damit bin ich zufrieden. Ich finde es okay, sollten wir Marvin Plattenhardt abgeben. Man muss es halt eben so sehen, Marvin Plattenhardt ist in dieser Saison wirklich nicht so gut. In der vergangenen Saison ist er ganz klar damit herausgestochen, dass er ein sehr, sehr guter und sicherer Linksverteidiger war. In dieser Saison unter dem System von Sandro Schwarz, finde ich, kann er nicht so viel Einfluss auf das Spiel nehmen wie noch in der letzten Saison. Er bringt keine Dynamik in das Spiel rein, seine Flanken sind in dieser Saison eben ausbaufähig, genauso wie seine Standards und irgendwie bin ich ganz klar der Meinung, dass man ihm vor allem wegen diesem riesigen Gehalt auf jeden Fall abgeben kann. Und auf der Linksverteidigung haben wir jetzt allgemein das Problem, dass dort so dieser absolute Stammspieler spielt. Marvin Plattenhardt ist ein Spieler, der eher destruktiv spielt, von seiner Spielweise daher überhaupt nicht in unser System passt, denn der Linksverteidiger unter Sandro Schwarz mit diesem aggressiven Gegenpressing muss sehr, sehr viel laufen, muss viele Meter gehen, muss auch ein bisschen Tempo aufweisen und dieses Tempo hat Marvin Plattenhardt halt gar nicht. Und ich finde es daher okay, sollten wir Marvin Plattenhardt abgeben. In dieser Saison war er ein Schatten seiner selbst. In der letzten Saison hingegen hat er natürlich absolut überzeugt und ich denke, man sollte hier einen Schlussstrich setzen. Das Ding ist, er ist jetzt aber Kapitän und da ja jetzt schon feststeht, dass er den Verein am Ende der Saison verlassen wird, sollte man, wie ich finde, einen anderen Kapitän auswählen. Und das ist auch relativ interessant und zwar sollen sich in dieser Saison Markauberkämpf und Lyka Thussard zu absoluten Führungsspielern entwickelt haben, die möglicherweise auch eine Rolle bei der Wahl des Kapitäne spielen könnten. Und ganz ehrlich, sollte Thussard oder eben, im Kämpf unser Kapitän werden, wäre ich damit absolut zufrieden. Ich habe die beiden ja schon im Vorfeld, bevor die Saison überhaupt begonnen hat, vorgeschlagen, weil eben beides extrem wichtige Spieler vor allem in dieser Saison sind. Plattenhardt hingegen hat in dieser Saison extrem abgebaut an Leistungen, kann nicht mehr so richtig überzeugen und ich finde, man hat halt gemerkt, dass er eben nur spielt, weil er Kapitän ist. Immer als Mittelstadt gespielt hat, fand ich Mittelstadt besser, weil einfach Mittelstadt die Dynamik viel mehr rüberbringen konnte. Er als Linksverteidiger hat viel mehr Tempo gemacht, ist die Meter rauf und runter gelaufen, aber hat er immer diesen einen bescheuerten Bock im Spiel drin gehabt. Das war halt das Problem bei Mittelstadt. Ah, Plattenhardt, der hat ja teilweise seinen Gegnern nur Begleitschutz gegeben. Es kamen extrem viele Angriffe über links, vor allem in der zweiten Saison Hälfte und ich finde, dort hatten wir auf jeden Fall unsere Probleme und Plattenhardt war dieses Problem, dass er einfach als Linksverteidiger dieses Spiel von Sandro Schwarz nicht so ganz sein konnte. Und auch ganz ehrlich, seine Stärke, die Flankenschärfe, die Standards hat in dieser Saison extrem abgenommen. Ab und zu sind natürlich bombastisch starke Flanken dabei gewesen, vor allem zum Beispiel, wer weiß, der Gegner war es, der 1. FC Köln, wo er dort noch bevor er ausgewechselt wurde, seine Vorlage gegeben hatte. Dort hat er natürlich ein extrem gutes Spiel gemacht, aber eben auch in großer Saison waren seine Flanken auch so mau, eher gesagt. Aber trotzdem, finde ich, sollte man meinen Plattenhardt auf jeden Fall jeglichen Dank aussprechen. Er hat in der vergangenen Saison, war er wirklich der Grund, warum wir nicht abgestiegen sind. Da kann man nicht drüber rumreden. Marien Plattenhardt hat in der vergangenen Saison unter Felix Magath gefühlt seinen zweiten Frühling gehabt, hat dort unter Felix Magath überzeugt und war dort der Leistungsträger. Natürlich noch mit einigen anderen zusammen, aber in dieser Saison ist das wirklich extrem mau. Sein Gehalt ist eindeutig zu viel und es ist logisch. Bei unserer klammend finanziellen Lage und vor allem dieser aktuellen brenzligen Lage werden wir uns von Spielern trennen, die einfach viel zu viel verdienen. Und Plattenhardt verdient zu viel. Von daher, ist das okay. Jetzt ist aber eben die Sache so. Auf der Linksverteidigung haben wir momentan drei Spieler. Wir haben Plattenhardt, der wird uns am Ende der Saison verlassen. Wir haben Mittelstädt und Mittelstädt könnte uns am Ende der Saison auch verlassen. Werder Bremen zeigt Interesse und sein Vertrag läuft auch aus. Und da haben wir Lukas Ullrich. Lukas Ullrich könnte uns am Ende der Saison auch verlassen, denn auch der Vertrag von Lukas Ullrich läuft aus. Und hier muss man ganz klar ansetzen. Jetzt, da hoffentlich der Vertrag vermeiden, Plattenhardt beendet ist, ist hoffentlich für die kommende Saison ein bisschen Gehaltsbudget mehr zur Verfügung. Und das muss man unbedingt in Ullrich oder Mittelstädt investieren. Meiner Meinung nach eher in Ullrich, denn Ullrich ist 18 Jahre alt und passt auf. Ullrich hat in der zweiten Mannschaft und in der U18 Nationalenelf absolut überzeugt. Er ist 18 Jahre alt und es ist ein Talent, was man unbedingt halten muss. Und ich finde ihn mal mindestens genauso gut wie Luca Netz. Er macht bei unserer zweiten Mannschaft in der Regionalliga in dieser Saison wirklich ein überragendes Spiel. Ich finde, er passt auch viel, viel besser an unser System. Und er hat auch schon bereits in der Vorbereitung zum Beispiel gegen Babelsberg und Cottbus gezeigt, dass er ein extrem guter Linksverteidiger sein kann, das schon durchaus für die zweite oder dritte Liga erreichen könnte. Wichtig ist natürlich, dass man jetzt Ullrich nächste Saison nicht alleine da stehen lässt, sondern dass man für ihn noch Konkurrenz holt. Dort meinetwegen Mittelstädt oder eben einen anderen Linksverteidiger extern verpflichtet. Fakt ist, die Linksverteidigerposition ist vor allem für die kommende Saison eine extreme Baustelle und dort müsste man Qualität verpflichten. Es ist eigentlich schon jetzt eine Baustelle, die Platten hat, ist viel zu schwach. Mittelstädt macht eigentlich jedes zweite Spiel, wenn er spielt, einen extremen Bock. Ich glaube zum Beispiel gegen Borussia Mönchengladbach, als er da dieses komplett bescheuerte Handspiel verursacht hatte. Und das ist halt das Problem bei Mittelstädt. Mittelstädt ist ein extrem souveräner Spieler, macht teilweise wirklich extrem gute Spieler. Aber auf der anderen Seite hat er gefühlt in jedem zweiten Spiel so einen extremen Fehler dabei, wie zum Beispiel eben dieses Handspiel gegen Borussia Mönchengladbach, was ganz klar vermeidbar gewesen wäre. Oder zum Beispiel, was fällt mir noch spontan ein, der Elfmeter gegen Bayern München beim 4 zu 3. Der Nadel sitzt noch tief. Das tut jetzt immer noch weh, wenn ich daran denke. Also versteht ihr? Bei Mittelstädt fände ich es auch okay, wenn wir uns von ihm trennen. Mittelstädt ist für mich so ein Spieler, der sehr solide ist, aber bei uns diesen nächsten Schritt verpasst hat. Und ich kann mir vorstellen, bei Werder Bremen oder bei anderen Feinden, die ihr Interesse zeigen, dass man dort vielleicht den nächsten Schritt machen kann. Auch wenn ich es natürlich schade finden würde, wenn wir unsere Konkurrenz stärken. Fakt ist, Plattenhardt, dass wir uns davon trennen, ist in Ordnung. Und wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir uns jetzt nicht von zu viel Erfahrung trennen. Am Ende der Saison wird uns unser Vizekapitän Kevin Prince-Boateng verlassen, wird uns unser Kapitän Marien Plattenhardt verlassen und es werden uns noch einige weitere Spieler verlassen, die im hohen Alter sind. Zum Beispiel Peter Pigrick, jetzt hat er schon bereits den Wladimir Darida verlassen und es zeichnet sich so ein kleiner Umbruch bei Hertha BSC ab, beziehungsweise es wird wahrscheinlich eher ein größerer Umbruch. Von daher finde ich es auf jeden Fall auch richtig und wichtig, dass eben Luka Thyssa, Mark Overkampf diese Führungsrollen einnehmen. Denn das sind Spieler, die momentan das Fundament von Hertha bilden. Und ich habe jetzt die Hoffnung, dass jetzt, wenn der Vertrag von Marien Plattenhardt ausläuft, Lukas Ullrich die Perspektive sieht. Denn jetzt ist auf jeden Fall eine Perspektive da. Rein theoretisch, wenn Lukas Ullrich jetzt den Vertrag verlängert, hätte er die Linksverteidigerposition für sich ganz alleine in der nächsten Saison. Und jetzt muss man ihn um jeden Preis halten. Mit um jeden Preis meine ich natürlich alles Mögliche probieren, um ein solches Talent zu halten. Denn ich glaube, er an sich kann es schaffen, den Sprung in die Bundesliga. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, was man hier teilweise auf Instagram oder wo bin ich jetzt hier gerade? Auf Twitter liest. Ich glaube, haben einige Leute vergessen, was Plattenhardt eigentlich für eine langjährige Identifikationsfigur ist. Was er in den letzten Jahren für uns gerissen hat. Und was er vor allem in der letzten Saison für uns gerissen hat. Ich finde, natürlich, mit 30 Jahren und schwacher Leistung ist man jetzt nicht in der Lage, Ewigkeiten bei Hertha zu bleiben. Aber so ein bisschen Dankbarkeit sollte man schon zeigen. Und ja, Plattenhardt ist okay, dass wir uns von ihm trennen. Da bin ich auch ganz ehrlich der Meinung. Wenn wir uns links hinten dann für die kommende Saison zum Beispiel mit Lukas Ulrich ausstatten können, können wir dort absolut zufrieden sein. Und apropos Linksverteidiger, ich habe noch eine zweite News für heute dabei. Und zwar geht es um Friedrich-André Björkern. Wir wissen es. Björkern kam erst vor einem Jahr ablösefrei von Norwegens Meister Bodo Glimt. Und hier hatte er, glaube ich, einen Vertrag bis zum Jahr 2026 unterschrieben. Und trotzdem, bei uns hat er wirklich keinen Fuß setzen können. Genauso wie, ja, auch bei Ferdinand Rotterdam. Und jetzt ist es klar, Björkern wechselt zurück. Das wissen wir, das darüber habe ich gestern schon berichtet. Aber wichtig ist ja, dass er ablösefrei zurück wechselt. Das heißt, er wechselt ohne Ablöse zurück. Trotzdem sichert Fredi Bobic, Hertha BSC, eine Beteiligung von 30% bei einem späteren Weiterverkauf, wenn zum Beispiel Fredrik-André Björkern wechselt. Und das ist doch gut. Wir haben wieder so eine spätere Weiterverkaufs-Kause, die hatten wir ja schon, glaube, bei einigen anderen Spielern installiert. Und das finde ich ganz ehrlich gut. Das kann wieder mal klappen und damit können wir hoffentlich helfen, dass Björkern in Norwegen explodiert und dass irgendein Verein richtig viel Geld für ihn bezahlt und wir dann auch ein bisschen Geld für ihn kriegen. Das wäre doch wirklich recht gut. So, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ey, wenn ja, lasst super gerne einen Like da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir sind jetzt auf dem Weg in Richtung 3000 Abonnenten. Daher abonniert ganz gerne diesen Kanal. Liked gerne dieses Video. Wir sehen uns morgens für einen neuen Video wieder. Bis dahin, genießt den Abend. Hier in der Endcard könnt ihr euch noch ein Video anschauen, wo ich über die letzten Transfer-News gesprochen habe, über Rese und über einige andere Spieler. Schaut euch das gerne an. Wir sehen uns. Schönen Tag noch und tschüss. Schönen Tag noch und tschüss.